Der Landeskalender 2019, alles besprochen? Ja, nun kannst du eigentlich starten. Es geht nach Island. Der Titel des Kalenders heißt Pure. Es geht um die wunderschönen Landschaften, die wir bei den größten Vulkaninsen der Welt vorfinden, in Island. Toller Reisen dahin. Und alles ist besprochen. Auch die Stars, die dabei sein werden. Und ich denke, es kann nichts schief laufen. Es wird ein toller Kalender werden. Viel Glück und eine tolle Erfahrung. Viel Spaß. Vielen Dank. Ich freue mich. Gib alles. Vielen Dank.